So, da sind wir auch schon wieder. Und, oh. Ja, ich hab schon mal gesagt, die haben noch Zuckungen hier, die Leichen. Haha, der Fuß sieht toll aus, aber der, der sieht aus, als wäre der noch... Ach so, okay. Ich hab grad schon gedacht, der sieht aus, weil ein Seidenstrumpf, aber... Die hat sogar Seidenstrumpf an. Nee. Geld! Ja, ich bin etwas jetzt am Traufall, ich zum ersten Mal wieder... Oh! So, Let's Playa, seit ich jetzt so lange... Oh, ich will auch so eine Maske. Ich hab mir zur Fasching so eine ähnliche geholt. Also nicht, ich wollte mir zur Fasching sowas holen, aber sowas gab's nicht. Äh, wie gesagt, weil ich jetzt zum ersten Mal wieder Let's Playa, seit ich jetzt wirklich ewig erkettet war. Also ich hatte von Fasching an bis in die erste Märzwoche rein noch totale Halsschmerzen. Deswegen ich dann auch ein Antibiotikum bekommen hab, um dann halt beim Helfen ab mitmachen zu können. Die Videos findet ihr übrigens auch auf meinem Kanal. Nur mal so, äh, Schleichwerbung. Oh, jetzt kommt wieder so eine Vision. Let's krisselt schon so. Sie haben mir Schönheit versprochen! Steinmeck! Die glänzt so voll. Oh, du wunderschön wehr! Seht sie mich an! Oh! Seht sie mich an! Ja, das ist schon etwas... Oh, gruselig, hab grad voll die Gänsehaut. Oh, da liegt eine Leiche! Hallo, Leiche! Wie geht's dir? Gut. Ähm. Ja, ich weiß gar nicht, ob wir inzwischen schon eine intakte Medi-Station gefunden haben. Übrigens kann ich hier auch auf die Karte gehen. Kann ich hier rauszoomen. Das geht leider nur hier mit. Also die ist sehr beschränkt, die Karte. Es ist nichts beschrieben und nichts. Hier doch, ich kann mich wenigstens so bewegen auch, zur Not. Also ich bin jetzt hier und wir gehen jetzt da durch. Hier, ich weiß aber schon jetzt nicht, was hier hinter kommt. Also ich weiß, dass dahinter etwas anderes kommt. Und man hat... Da war ein Verkaufsautomat. Da war ein Verkaufsautomat, stimmt. Ja, auf jeden Fall kann man dann hier im Menü dann nochmal in die... Was wir hier haben, das sind jetzt unsere Ziele. Benutzt du den Notzugang? Das ist unser großes Ziel und das da ist unser aktuelles Ziel. Man kann sich die Tagebücher... Ähm, Tagebuch eintragen und... Man kann sich sogar Funk-Nachrichten an. Ja, und hier bedockt es alles, was wir so gehört haben bisher. Das ist das meiste, was wir bisher gehört haben. Und hier, das sind alle Tagebücher, die wir jetzt gefunden haben. Und hier haben wir Hilfe. Da kann man sich dann einiges nochmal so durchlesen und sowas. Ähm, das mache ich jetzt definitiv nicht. Kein Bock. Vor allem, ich kenne, glaube ich, mit... Ja, ob ich jetzt auf M oder auf H gehe, es geht beides. Das ist total komisch. Okay, dann gehen wir mal hier durch. Okay. Ja, Blutspur. So. Wir sind in der Chirurgie, wie ihr seht. Da ist zum Chirurgenviertel, steht da. Krematorium und Beisetzungen. Ja, Funeral heißt auf Englisch nämlich, ähm, Beerdigung. Kann auch sein, dass es gleich auch Bestattung heißt. Ja, ich weiß, wie ich eine Waffe aus dem Mini auswählt. Ja, der gibt immer komische Tipps, wenn man da so, äh... Nicht. Ja, wir ziehen uns gleich an. Hier steht... Above all... Do no harm. Über alle... Do no harm. Das heißt, das heißt, äh... Verletze niemanden. Über alles verletze niemanden. Oder schade niemandem. J. Steinman. Sehr interessant. Die haben alle... Also, viele haben hier so deutsche... Deutsche... Deutsche Namen. Hier, Dr. Steinman. Und wir treffen nachher... Auch noch auf eine... Mit einem deutschen Namen. Die ist dann sogar Deutsche. Ich müsste das irgendwann mal auf Englisch spielen. Die hat nämlich einen sehr interessanten Akzent da, glaube ich. Naja, hören wir uns erstmal jetzt das Tagebuch an. Weil ich will ja die ganze Zeit nur hier blöd rumquatschen. Und wir wollen ja auch ein bisschen vorankommen. Und... Ohohohoh... Ich hab schon dann kein Display mehr gemacht. Bekrabbelt alles. Puh. Adam stellt einen Experten vor ganz neue Probleme. Wenn die Werkzeuge besser werden, werden auch die Erwartungen höher. Es gab eine Zeit, da war ich damit zufrieden, Warzen zu entfernen oder eine Missgeburt einigermaßen vorzeigbar zu machen. Damals nahmen wir noch, was wir kriegen konnten. Aber mit Adam kann man Körper formen wie Ton. Jetzt gibt es keine Ausrede mehr. Wir müssen mit diesem Ton immer weiter und weiter töpfern, bis der Job erledigt ist. Ja, der Typ ist ein bisschen verrückt. Und ich hab eben was getrunken, Entschuldigung dafür. Und ich weiß nicht, warum es so kurz gehangen hat. Keine Ahnung, aber da habe ich keine Probleme. Da hört man eine Durchsage. Das ist, glaube ich, kein rumlaufender Typ, sondern... Ah, ich mag hier die... Ich mag es nicht. Ich mag es nicht. Ihr werdet gleich sehen, warum. Deswegen. Das war der Plan. Oh ja, hier auf diese komischen Platten dürfen wir nicht gehen. Kriege ich immer welche, die nach oben zeigen? Dankeschön. So, eine, noch eine, das ist gut. So. Nein, so. So und so. Fertig. Gott sei Dank, jetzt gehört es uns. Ah, da. Hallo. Und stirb. Ja, das wollte ich nicht. Naja, gut. Okay, hier liegt eine Leiche. Suchen wir die mal. Dann hoffen wir nochmal hier hin, holen uns die Yves-Spritze. Ah, wir können rauchen. Rauchen wir mal ein bisschen. Ja, ich rauche dich mal an hier, ne? So, ich hoffe, das stört dich nicht mehr. Aber du bist tot. Ich glaube, das stört dich wirklich nicht mehr. So, ich glaube, ich habe eben irgendwo eine Medi-Station. Da habe ich eine Medi-Station. Die müssen wir gleich töten. Ähm, vernichten. So. Was? Wo? Ach, der! Genau. Da kommen wir übrigens auch nicht dran. Also, jetzt zumindest auf jeden Fall noch nicht. Das habe ich auch noch nicht gehört. Verrückt. Na gut. So, ducken wir uns mal hier und hören uns doch mal ein bisschen so an. An der Oberfläche erwarten die Parasiten, dass der Arzt sie umsonst teilt. Und von den Bauern wollen sie aus nächsten Liebe mit Nahrung versorgt werden. Der Parasit unterscheidet sich nur geringfügig von dem Perversen, der auf der Suche nach einem Opfer umherstreift, das er zu seinem entarteten Vergnügen missbrauchen kann. Genau. Das ist Andrew Reins. Okay, die Kasse hatten wir durch. Ach ja. Ah. Kann ich die von hier aushecken? Kann ich sogar. Wusste ich gar nicht. Oh, das kaufe ich mir. Jetzt habe ich gerade keine Lust zu. Das ist zwar halb kaputt, aber... Den haben wir durchsucht. Gleich hier haben wir auch so... Ah, die Pistole können wir brauchen. Da ist wohl ein... Splicer. Irgendwo, du hast die Rohruppe kaputt gemacht. Ich bin mit einer Kugel besser, als du mit deinen 50.000 da. Ja, ich bin ultra. Zumindest in der leichten Version. Genau, wenn ich hier so... Da wird es auch leer. Ein Rollstuhl! Rollstuhl, 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 Rollstuhl! Entschuldigung. So, da ist wohl irgendwo noch irgendjemand. Ah, hier haben wir eine... Naja, oder auch nicht. Was steht hier? Adam denies us any excuse for not being beautiful. Ähm, Adam... Gibt uns keine Entschuldigung dafür, nicht schön zu sein. Quasi. Ich weiß nicht, ob wir uns das jetzt... Stellen wir uns mal hierher und hören uns das mal an. Äh, anhör nicht! Ich bin schön. Jawohl. Sieh mich an. Was könnte man an mir noch besser machen? Durch Adam und mein Skalpell habe ich mich verwandelt. Aber gibt es nicht vielleicht doch noch eine Steigerung? Was ist, wenn ich zwar etwas noch Vollkommeneres erschaffen könnte, meine Vorstellungskraft dafür aber nicht ausreicht? Genau, ich habe jetzt gerade die Medikation getötet. Oder vernichtet, könnte man wohl sagen. So, haben wir hier im Raum noch was? Oh, die ist kaputt. Und ich kriege noch nicht mal was von der. Ah, hier haben wir aber was. Vor uns, Kirsten, können wir gerade nochmal benutzen. Können nämlich gleich noch einen aufzusammeln, glaube ich. Ah, das sind die beiden, die wir eben getötet haben. Ich will auch so eine Hasenmaske. Ich habe davon Kenntnis erhalten, dass einige Bewohner Mittel und Wege gefunden haben, die Ausgabeautomaten zu manipulieren. Es scheint bedauerlicherweise notwendig zu sein, die Einwohner von Rapture daran zu erinnern, dass die Marktwirtschaft das Fundament darstellt, auf dem unsere Gesellschaft beruht. Parasiten werden bestraft. Und damit machen wir eine kleine Pause. Bis gleich!